Hallo, hier ist Michael aus Mallorca. Wir haben uns mit einem befreundeten Paar und deren Kindern hier eine tolle Finca gemietet und bewohnen die mit sechs Personen. Ich stehe gerade im oberen Bereich auf der großen Sonnenterrasse. Ich schwenke hier mal rüber. Da hinten sieht man Camp de Mar. Ich mache hier einmal einen Schwenk rundherum. Überall gibt es ein lauschiges Ecklein. Hier ist der Eingangsbereich. Wenn man hier ein bisschen hochblendet, sieht man das tolle Gebirge hinter uns. Und jetzt will ich euch noch das Highlight zeigen. Ich verschwinde mal hier aus dem Blickfeld. Wir gehen jetzt zusammen zu dem tollen Pool. Ein paar Treppen runter. Hier gibt es noch eine Tischtennisplatte. Wir gehen jetzt hier in Richtung Kohl. Und das ist absolut stark. Also obwohl der Strand da unten nicht so weit weg ist, fahren wir dann auch gar nicht so häufig. Weil hier ist es einfach, einfach stark. Ganz coole Sache. Ich bringe mich mal selber hier mal wieder ins Bild. Ja, was soll man sagen. Total coole Angelegenheit. Wir werden hier das Hüttchen noch ein paar Tage genießen. Und nach Deutschland. Schöne Grüße. Euer Michael. Finka Jorka. Urlaub dir was.